Und damit ein herzlich willkommen zu meinem Let's Play Final Fantasy. Weiter geht's. Wir wollten uns das Vieh da unten ja mal ein bisschen näher betrachten. Ob sich das wirklich schon irgendwie angreifen lässt oder ob man da... Naja, das da unten nicht. Wo denn? Ah, da. So. Machen wir erstmal den da kaputt. So. Broms! Boah! Der hat ja übelst gesessen, Bromdo. Genial! Dann wollen wir mal weiter. Wir tun uns beide nichts. Das ist ein... Ah, ein Queen-Queen. Das sind irgendwelche Katzen-ähnlichen Dinger. Ah, das sind wie die anderen Dinger in dem... Diese... Was aussah wie... Wölfe oder irgend sowas. Zack. Zack, noch ein Piekser. Komm. Kriegst du das nochmal so genial hin? Hohohoho. Also, wenn der den Wirbel macht, sterben sie wirklich alle. Lächeln. Markier mir mal ein paar, bitte. Danke. Danke, 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 danke. Läuft. Bleib da, du Vieh. Hilf mir mal bitte kurz. Die haben mich ein bisschen eingekreist. Zack. Noch jemand? Noch schneller beendet. Noch schneller. Schon wieder. Ach, hier kommen die ganze Zeit welche mit dem Flugzeug. Das ist das. Na. Komm, wir hauen sie noch ein bisschen um. Boah. Boah. Komm, geh drauf, du blödes Ding, du blödes. Na, komm. Zack. Unser Licht. Boah, hallo. Jo. Ein paar Punkte noch sammeln. Die müssen ja auch wieder ein bisschen leveln. Aber jetzt fahren wir erstmal weiter. Genug von diesen Blechbüchsen hier. Ne, Moment. Auf der anderen Seite der Straße war doch noch... Ja. Ein Kistchen und irgendwas zum Ernten. Das nehmen wir noch mit. Schauen, was es hier für Früchte oder für Zeug gibt. Teufelsbeete. Na, fällt dir da kein Rezept dazu ein? So, wo ist es? Weiter oben. Wertgegenstände können verkauft werden. Ja, danke. Das weiß ich schon. Alphastosszahn. Cool. Nehmen wir doch gerne mit. Lauf an den Baum, genau. Also, die Umgebung hier ist ja auch schon wieder genial. Also, mir gefällt es hier in dem Spiel. Was denn? Ach so, Blechbüchsen. Ja, ich fahre weiter. Gebt Jummi. Ich fahre jetzt erstmal zu den Chocobos. So, wie weit ist denn das da hinten? Nebenaufgabe. Was haben wir hier für eine? Wo waren sie denn? Ne. Hä? Das sehe ich hier nicht. Oh, da ist wieder ein Angelplatz. Und wäre sogar ein Zeltplatz. Das ist ja auch nicht schlecht. Wir gehen erstmal runter zu den Chocobos. Ja. Und dann, vielleicht können wir uns ja da einen irgendwie schnappen. Und dann sind wir schneller zu Fuß unterwegs. Hier ist ein Parkplatz. Ne, muss jetzt nicht unbedingt sein. 19 Uhr und Regen. Bäh. Vielleicht können wir bei den Chocobos auch irgendwo rasten. Das wäre ja nicht verkehrt. Sind wir jetzt schon da? Ja, wir sind schon da. Das heißt, wir parken hier mal. Beziehungsweise wir versuchen da erstmal zu rasten. Da gibt es ja ein Bettchen. So eine Art Campingplatz oder was das hier ist. So. Wo ist denn das Bett? Ich mag das Pisswetter hier gerade nicht. So. Ernsthaft? Genau auf der anderen Seite von dem Zaun. Da gibt es ja keinen Eingang. Doch. Hopp. So. Ja, wir haben genug Chills. Was? Heute mache ich dich fertig. Was? Hast du in King's Night? Herausforderung angenommen. Da bin ich auch dabei, Jungs. Witz. Chocobo Ranch. Okay. Zack. Und wieder eine Stufe. Oh. Neue Talentstufe. Bei Prompto. Was haben wir denn Neues? Nee. Ah. Den Quarkfrosch. Nee. Nee. Nö. Nö. Nein. Nein. Ja. Nein. Alles können wir auch nicht speichern. Was? Ein hoffnungsloser Fall. Ich habe selten so eine Chocobo-Naren gesehen. Oh ja. Hier licht was. Winzige Feder. Hopp. Entschuldigung. Ich würde gerne auf einem Chocobo reiten. Auf einem Chocobo? Tut mir wirklich leid. Aber im Moment geht das nicht. Warum? Das lässt sich leider nicht ändern. Du musst wissen, diese Gegend wird derzeit von einem Behemoth namens Nebelauge heimgesucht. Und meine Chocobo-Bus fürchten sich vor dem Ding. Um zu verhindern, dass was Schlimmes passiert, habe ich den Verleih erstmal eingestellt. Hm. Moment mal. Seid ihr nicht die Jäger, von denen man in letzter Zeit so viel hört? Wie sieht's aus? Würdet ihr euch um die Bestie kümmern? Ja, klar. Das bringt eine hübsche Belohnung bei raus. Ich will euch nicht zu sehr bedrängen. Aber bitte überlegt es euch. Na klar mache ich das. Natürlich. Ob es bei dir was Schönes? Wenn du Waffen brauchst, wisst du hier genau richtig. Wirbelsäge. Was hast du denn? Lufttanzsäbel. Bana Ehre. Mhm. Drachenschild. Nee, ein Schild mag ich nicht. Oh nö. Naja. Gibt's hier nicht auch irgendwie einen, der... Bist du der Ortsinformant, oder? Ah. Bei dem kann man das auch abgeben. Na perfekt. Wie wär's mit deiner kleinen Stärkung? Trag mir mal hier ein bisschen was ein. Oh ja. Sehr schön. Vielen Dank. Was hast du Leckeres? Chips, Smoothie und ein Sandwich. Diese Bieste machen uns schwer zu schaffen. Ähm, ähm, ähm. Feder, Klauen und Fänge. Quing, Quong, Quing. Soll ich erledigen. Na die Quing, Quong, Quings. Die mach ich doch platt, oder? Danke. Ja klar. So, aber ich will hier erstmal Chocobos. Chocobos. Wo sind sie denn? Wo muss ich dazu hin? Achso, das Vieh muss ich finden. Oder wie? Aufgabe Chocobos. Noctis erfüllt Prompto einen Herzenwunsch. Gemeinsam machen sie sich zum... Jo, da war ich doch schon. Wo ist denn das blöde Vieh? Was hier alle terrorisiert, oder? Was hast du denn gefunden, Ignis? Chocobo-Futter. Was ist denn das? Diätfraß? Was guckst du mich dabei so an? Kamera Trageriemen. Okay. Wenn man es braucht. Ich schreite los auf meinem Chocobo. Ich hab nen Ohrwurm. Oder ist das das Vieh da unten? Ne, das ist ein neuer Quest. Na dann mal weiter. Ignis, weiter geht's. Einen Moment. Wer bist du denn? Die Kautessplatte steht ja in den Flammen. Kann man die überhaupt betreten? Hallo, Mann. Hallo? Ja, mach mal auch. Ja, warum nicht? Großartig. Ich wollte den Meteor schon immer mal sehen. Na gut. Eigentlich hatte ich ja mit dem da geredet, aber... Das hat's wahrscheinlich ausgelöst. Ja, wir sind ja schon fast wirklich da. Stimmt. Na erstmal nehmen wir da unten den Schatz mit. Wupp. Äh, ein Eisenreif. Haben wir doch schon. So, und hier gibt's jetzt auf der Chocofarm also erstmal noch nichts. Mensch, ich will den Chocobo reiten. Mh, unglaublich. Unglaublich, die veranstalten hier Chocobo-Rennen. Ja, unglaublich. Das müssen wir sehen. Nein, wir müssen weiterfahren. Ach, komm Ignis, nur ganz kurz. Hallo, wie geht's, Chocobo-Freunde? Hallo. Hier könnt ihr der Welt beweisen, was ihr im Chocobo-Sattel so alles auf dem Kasten habt. Normalerweise. Ah. Momentan geht das aber leider nicht. Tut mir leid. Die Chocobos fürchten sich einfach viel zu sehr. Ha, ich wünschte, die Jäger würden endlich diesen grässlichen Behemoth-Nebelauge zur Strecke bringen. Wo ist er denn? Irgendwelchen... Schreckliche Duska... Hä? Muss ich nochmal da unten mit dem, mit den Jagdaufträgen quatschen. Den Jagdauftrag, der Schrecken von Duska... Muss ich annehmen, okay. Na, ich glaube, das kriegen wir gerade noch hin. Und dann jagen wir das Vieh natürlich auch gleich. Ich will Chocobos reiten. Ich glaube, ich bin genauso verrückt wie mein Begleiter hier nach Chocobos. Ich finde Dinger cool. Ich mag Chocobos. Reden. Den Jagdauftrag bitte. Alles in Ordnung bei euch? Na klar. Na hier. Nebelauge. Ja. Ich verlasse mich auf euch. Behemoth, die kenne ich noch. Die gab es damals schon in den vorherigen Final Fantasy-Season. Nebelauge ist Unterschlupf. Ist das doch gar nicht mehr so weit. Und... Kann ich mir da auch einen selber halten? Sehr cool. Mein eigener Chocobo. Oh, das war fast ein bisschen hoch. Aber nur fast. Na gut. Ich würde sagen, wir machen erstmal an der Stelle Schluss. Äh. Da komme ich ja gar nicht rein. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder, wenn wir auf der Suche nach Behemoth. Nebeauge sind. Wenn es gefallen hat, denkt ans Däumchen. Bis dahin. Macht's gut. Und bis zur nächsten Folge. Okay. Vielen Dank.